Diese scheiß Waffen, ne? Alter... Ja, unsere Waffen sind ein bisschen mies. Ich hab... Ich muss erstmal ein bisschen Munition sammeln. Ich hab keine mehr. Ich bin ziemlich ausgelutscht. Ich werfe jetzt nur noch Granaten erstmal auf den. Da kannst du haben. Du hast deine gebrochen und ich mein Eis. Wow! Aber du weißt nicht, wo die Dinger einschlagen, ne? Das ist das Problem. Warum müssen die Gegner wegrennen? Das ist zu nervig, ne? Ich hätte den ein bisschen an mit. Mach schnell. Und der ist weg hier. Weck hier, weg hier, weg hier. Ich höre dem ganzen Zeit nur Granaten, ne. Anders geht's nicht. Oh oh, es kommt. Ah, man sieht auf dem Boden, wenn die Dinger irgendwo einkrachen. Ja, da... Man achtet immer nicht drauf, wenn man grad in der Luft ist. Dann achte ich grad besonders drauf jetzt. Nachdem ich weiß, wie es funktioniert oder was er macht. Ja, ich achte aber nicht wirklich drauf. Alter, warum nimmt der denn keinen Schaden? Pfff... Alter, du Pistenhelke. Ich dachte, du läufst die andere Richtung, Centrus. Mach ich doch grad. Boah, hab ich Glück gehabt. Als jemand Schild zurückgezogen hat. Boah. Ich hab grad die Feuerfontäne. Ich hab verdammt Glück gehabt in dem Moment. Komm, Schild geht gleich down. Jawoll, nächste Ebene. Ja? Ja. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Was kommt jetzt? Bitte nicht. Eis. Eis, Feuer. Mit Feuer hab ich schon draußen. Ich hab nix... Geschossen Feuer. Ich hab nix mit Feuer, ne? Ne? Nein. Vielleicht. Ich guck grade. Auaaa. Baaah. Trist du da irgendwas? Naja, nicht. Resistent. Ne, vor allem ist der Fixer hinter mir grad. Da hast du alle bei dir. Dankeschön. Lauf einfach jetzt. Lauf einfach nur, bleib nix mehr stehen. Bleib nix ja nirgends wo stehen. Aber warum kicht der dich die ganze Zeit? Was? Vielleicht weil er verdammt. Ähm. Hast du grad gesehen, was er gemacht hat? Der hat so Laserstrahlen ausgezahlt, dann müssen wir hinter den Dingern. Hinter den Türmen. Okay. In dieser Aktion fährt er alle Kugeln ab. Ich hab zumindest keinen Schaden genommen dadurch. Fahre Schild hoch. Ohhhh. Durch mein Schild hab ich keinen Schaden genommen dadurch, ne? Oh nice. Hier gibt's Medikids. Ja. Hallo. Ich muss erstmal alles nachladen. Oh. Ich verschieße immer alles und dann lad ich alles nach. In Ruhe. Ohhhh. Ach du bist immer noch mit dem am Gammeln hier. Hm? Ah, kann's haben. Das steht. Boah. Hast du jetzt grad gesehen, was er für Strahlen geschossen hat? Ja. Und? Alter, da mach ich nur mit 2% Schaden. Was schießt da noch? Ich muss die Eiswaffe loswerden. Gegen die normale. Wow. Wenn jetzt schon ein Schutzschild raushauen. Und tot. Nicht ich. Der Gegner. Vor allem. Ich hab immer das Problem, wenn... Ab und zu geh ich voll nach hinten dran. Wenn ich am Zocken bin. Du kannst deine Granaten woanders hinschleudern. Nimm einfach. Hi Jungs. Ja, kann's haben. Ja, fick dich. Mich lässt mich schön in Ruhe. Und? Er hat mich gekriegt. Mit seinen nästigen Leser. Jetzt halt nicht, dass ich in einer Backe habe. Verdammter Mist. Boah. Hab ich Glück gehabt. Lass du? Keine Ahnung. Komm mal bitte her, Jungs. Danke. Wo ist er eigentlich? Da hinten. Ich sterbe. Nein. Na, danke Zettos. Du bist verrückt. Ciao. Der hängt da hinten in der Ecke rum. Ja, lass ihn, man. Du bist immer gegen die Wand gesprungen. Da kann's haben. Na, ich muss erstmal laufen. Aktiviere meine Fähigkeit. Vorsichtig. Boden. Bums. Mhm. Schaffst du? Ja. Ich hab hier... Da war einer schon angehittet von mir. Ja, wenn du die einen Gegner noch mal ein bisschen anhittest, schau mal vorher, dann ist das ganz gut. Der hat mich voll gebrannt, dann ist er gestorben und nicht gleich wieder überlebt. Ach komm. Ey, die dritte Welle gewunken wie die dritte... Aaaaahhhh... Mamiiiii... Mamiiii... damit ich wieder voll helft bin ich aktiviere meine fähigkeit ich weiß nicht was kommt scheint irgendwas mit nahkampf zu sein meine klappt der bomb rosa wir spielen überraschungen jetzt hat er dich wieder gehabt ne scheiß laser boah bist du irre ja bin ich alter nächstes mal gehe ich sterben freiwillig würde ich nicht machen weil ich was kein lieben sagt er irgendwas immer bei dir ich aktiviere meine fähigkeit machte nahkampf kriegt irgendwo im nahkampf und das sage ich dazu na ich krieg dem nahkampf nicht es kommt auch noch was das ist da kommen vier stufen tipp ich mal warum glaube ich jetzt eigentlich mit dir wollen schon wieder vielleicht wenn ich immer nicht so lange laden dann ist das schild aufgeladen er stellt es recht down nicht jetzt 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 ja down blitz schock schock kommt ja nein jetzt heißt es runterhauen jetzt nur noch heißt das unter fähigkeit mal wie viel alter der jetzt viel zu viel ach das schaffen wir keine soll jetzt leck die mann wie viel schaden der typ nimmt ja aber dennoch ja aber was heute denn da raus dann schaffen das auch nicht alle granaten auf ihn ja klar der kriegt jetzt noch auf die fresse ja ok man kann den dinger super ausweichen das ist ja ganz locker locker easy verschwinde hier verschwinde du gut den hobby ich habe auch keine mehr ich muss eine runde laufen ich kann da fähigkeit aktivieren vielleicht gegen band trepp und trepp jawohl er macht wenigstens schaden noch da kommt noch was er macht doch nicht noch ich weiß es nicht ach ich hatte ja schon wieder granaten grün war mit tf gleich down wir haben ihn aber gleich ja mach schaden mach schaden ja er ist down er ist down jawohl verdammte axt wir haben den wächter erledigt wir haben das durchgezogen alter da kommt noch was oder du meinst wegen dem boden eben ich level mal eben fix warte mal ich hab hier irgendwas